Musik 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 Auuu Der ist aber... Echt? Hallo? Hier kaputt Wo? Wo? Wo ist er hin? Hm Hm, merkwürdig Hm, ok Dann gehen wir weiter Da hab ich doch was gehört Geht mich an Ich will noch nicht mehr an dich Halt dich nicht zusammen sein Da haben wir hier Da haben wir hier Da haben wir hier Da haben wir Ah 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 Allah Und Ah Oh Wow, 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 wow. Wo bist du hin? Ständig verschwindet er. Oh. Gut, okay. Wie auch immer. Okay. Klopp, klopp. Ich habe schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht denke ich sogar den Tisch mit dem Pfeil und Tafelsilber. Ja, ja, mach die Tür auf. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch ein Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Halt bloß die Augen offen. Wie auch immer. Oh, was war denn da? So, dann nehmen wir aber abfackeln wieder mit. Neues Tonicum. Hacker Fokus. Hacker Fokus, ein weiteres beliebtes Gentonicum der Hacksmart Produktpalette. Entschärft Fallen in Sicherheitssystemen. Wir garantieren weniger durchgeschmorte Schaltkreise oder Geld zurück. Ja, ne, doch auf alle Fälle. Na, ich fahre mal voll. Naja, fast. Oh, nehmen wir die doch mal mit. Das war jetzt natürlich auch das Intelligent, dass ich das da hinten angezündet habe. Ja. Ach, wie freundlich. Autohacker nehmen wir natürlich mit. Oh, hier ist aber schummerig. Ich sehe gar nichts. Du, du bist nicht mehr. Gut, dass wir die Gottslang ausgefündet haben. Na, kommt mehr. Au, au, au. Ui, ui, ui. Tja, ganz dumme Ideen. Es war es jetzt zu springen, mein Freund. Ganz dumme Ideen. So. So. Du bist mir. Und der letzte noch. Oh, zack. Ups. Tja, ist noch was passiert. Schön, dass hier eine Genbank gestanden hätte, falls man sich umentscheiden hätte wollen. Ah, ich habe gesehen, dass da irgendwas passiert. So. Was haben wir denn hier? Willkommen im Zirkus der Werden. Hm, kriegen wir einen Autohacker. Sehr schön. Ha, 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 ha. Was müssen wir denn hin und da hoch? Was müssen wir denn hin? Wo sind wir denn hin? so diese minigames so ich hoffe ich kriege jetzt irgendwo meine waffen wieder ich hoffe draußen in der rohrpost oder so sonst werde ich ziemlich sauer auch meine waffen wieder haben man die können wir doch jetzt nicht wirklich hier an der stelle meine waffen geklaut haben sehr schön was ist das oh was haben wir denn ein pistolenmagazin so eine schadensteigerung ja das ist mehr schaden für die rot das ist ja cool da baut sich ja sogar wirklich was dran das ist ja wirklich geil gemacht so dann hören wir uns ja erstmal das tonband an und so was passiert wenn wir bei fontaine bleiben enden wir am galten und wenn nicht ergehts uns wie sammy g es muss noch einen anderen weg geben nix versteckt schade schade so dann hacken wir jetzt noch mal den safe das war vielleicht eins zu weit und du bist mein mhm lecker lecker da ist ja auch noch was da ist ja auch noch was alles klar ich bin unterwegs spiel daten werden geladen das schmugglerversteck das ist ja auch noch wunderschön Vielen Dank.